Und zwar bei mir, oh ja, wisst ihr was, spielen wir schnell eine Runde Carrion, weil das ist auch ein richtig, richtig gutes Spiel, macht super viel Spaß, steuert sich total gut, ist eine clevere Idee, ist einfach nett, von vorn bis hinten cool, äh, lustig, ich muss mal schnell zurück auf die Lüge. Neues Spiel, ja. Und zwar, wie man sich hier fortbewegt, fühlt sich sowohl am PC, als auch mit dem Controller jetzt gerade einfach echt gut an, also das alleine, die Steuerung macht Spaß. Aber genau, jetzt flüchten wir erstmal aus dem Labor. Oh, wir sind das Ding, im Grunde. Das trifft's, glaube ich, ganz gut. Und wir haben den Greifarm, den wir auch unabhängig von unserem Körper steuern können, um zum Beispiel diese Gitter hier rauszureißen. Und mit dem Greifarm können wir noch ganz andere Sachen machen. Wir brauchen Masse. Ernte deinen ersten Kopf? Okay, ich hab keine Ahnung, was das bedeutet, aber gut. So, jetzt haben wir oben, das Gelbe, ist unsere Lebensenergie. Jetzt haben wir wieder volle Lebensenergie und sind auch deutlich größer geworden. Größer können wir momentan gar nicht werden. Aber jetzt wollen wir natürlich hier raus. Das machen wir jetzt auch, wenn möglich. Aber vorher infizieren wir diese ganze Untergrundbasis mit uns, im Grunde. Das wäre eigentlich tatsächlich, denke ich mir, gerade auch ein Spiel, das hätte fast auf meine Top-12-Spiele-Liste gehört. Da habe ich ehrlich gesagt nicht mehr dran gedacht, weil das da relativ früh im Jahr auch noch war. Aber das hat mir schon auch echt sehr gut gefallen. Das habe ich wirklich vergessen, leider. Wird nachträglich noch nachgeschoben. Auf meiner Top-13-Liste dann quasi. Der besten Spieler des Jahres. Das ist die Ketten rumhängen, aber man hört die Ketten so klappern, wenn man sich so durchschlängelt. hat voll Alien 3 Wives. So. Jetzt haben sich die Menschen schon bewaffnet. Die wissen, dass ich komme. Dass ich da bin. Aber wird es ihnen was nützen? Unter Umständen. Kommt drauf an, wie ich mich jetzt gleich anstelle. Ich glaube, dem wird es nicht viel nützen. Trottel. Köstlicher Trottel. Ich kriege richtig Hunger bei dem Spiel immer. Nein, nicht wirklich. Ich kriege richtig. Ah! Na, komm. Mamp. Ich habe gerade selber nicht mitgekriegt, was genau passiert ist. Aber ich habe gerade zwei Leute mit Pistole erwischt. Glück gehabt, bevor die mich erwischt haben. Das Spiel ist lustig. Das ist wirklich... Das muss man vielleicht auch selber spielen, weil das Gameplayen sich auch einfach so viel Spaß macht. Es fühlt sich so gut an, diese Kreatur zu steuern. Aber es ist auch einfach ein gutes Spiel. Aber spielen wir noch ein bisschen weiter, weil da gibt es noch sehr viele Mechaniken und sehr viele coole Ideen in dem Spiel. Die haben sich da wirklich... Das Konzept des Monster-Seins haben die sehr weit gedacht, zum Glück. Die haben ein paar coole Ideen. Wie zum Beispiel, dass wir durch Biohazard, durch so biologische Forschungscontainer zusätzliche Fähigkeiten bekommen. Wie zum Beispiel jetzt die Fähigkeit, dass wir so seltsame Fäden schießen können. Ab wie vielen Jahren ist das Spiel? Ich habe keine Ahnung. Meint ihr, so ein Pixelspiel könnte ab 18 sein? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe das bestimmt irgendwann dreimal an einem Tag durchspielen können. Ich habe das bestimmt irgendwann dreimal an einem Tag... Also hast du es dreimal an einem Tag durchgespielt? Oder wie? Ich schaue mal ganz kurz. Ich glaube, dass das in Deutschland tatsächlich ab 18 ist. Ich meine, irgendwie kann man es verstehen. Aber andererseits denke ich mir immer mit so einem abstrakten Pixel-Look. Aber ja doch, es ist schon sehr düster, oder? Aber komm, ab 18, bitte! Andererseits ist das ein bisschen dämlich. Das ist nichts, was man nicht mit 16 auch schon spielen könnte. Naja, jetzt können wir auf jeden Fall dieses organische Knochen-Spinnen-Geflecht schießen. Durch so enge Ritzen. Und können somit an Hebel ran, die wir vorher noch nicht kannten und konnten. Du hast es dreimal durchgespielt. Okay. Ja, es ist wirklich total cool. Mich hat das auch sehr gefesselt, als ich das zum ersten Mal gespielt habe. Dann bin ich irgendwann nicht mehr weitergekommen und habe eine Pause eingelegt. Eine längere. Und dann wusste ich nicht mehr, wo ich bin. Und deswegen habe ich es leider nie durchgespielt. Aber ich weiß, weil ich dann mal in den Guide geguckt habe, was mich geärgert hat, dass ich ganz kurz vorm Schluss war. Ah, hier muss ich irgendwann mal noch beenden. Mit meinen Spinnenfäden kann ich die halt leider nur kurz betäuben, die Menschen. Ich kann mir schnell einen schnappen und hochziehen. Und das ist, finde ich, so schön, weil das ist so Horrorfilm-mäßig. Das ist wirklich wie die... Das sind so Horrorfilm-Klischees irgendwie, die man hier so ein bisschen nachspielt. Ich mag das total gern. Das hat, finde ich, auch einfach so einen 80er-Jahre-Horrorfilm-Charme, dieses Spiel. Schon allein deswegen. Tja, ihr habt Glück. Vorerst. Aber irgendwann öffne ich diese Tür. Dann könnt ihr euch nicht mehr verstecken. Das sieht nicht gut aus für die beiden da unten. Die sind derselbe schuld. Man forscht nicht an so biologischen Superwaffen-Monstern. Haben die nie Resident Evil gespielt? Haben die nie jeden Horror-Science-Fiction-Film ever gesehen? Das geht nie gut aus. Genau das passiert dann. Hier kommen wir momentan noch nicht weiter. Aber wir haben einen neuen Durchgang geöffnet. Auch das Sound-Design ist sehr schön, oder? Ihr wisst ja, dass ich keinen sehr guten Orientierungssinn habe. Und den braucht man im Spiel leider. Und das wird mir leider ab und zu zum Verhängnis. Und die Sequenzen habe ich nie so ganz verstanden. Ich glaube, das sind irgendwie Erinnerungen, Blicke in die Vergangenheit. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Vorgeschichte, wie ich entstanden bin. Oder erweckt wurde vielleicht. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Was sagst du dazu, Metatron? Hoffen wir mal, die echte Menschheit hat die ganzen Filme und Spiele gesehen. Ja, genau. Und lernt, Dass sich sowas nie ereignet. Ich habe das frei interpretiert, den Satz gerade. Sorry. Aber ja, genau. Ich habe auch nachgeguckt. Es ist tatsächlich ab 18 das Spiel. Ich hätte das auch gar nicht gedacht, ehrlich gesagt. Und ich finde es ein bisschen albern. Aber andererseits ist das halt immer noch die deutsche US-Karte. Da sterben Menschen. Da gibt es Blut. Wir können froh sein, dass es nicht indiziert ist. Bei 20 Jahren wäre das wahrscheinlich noch anders gewesen. Ich denke auch, die Trophäe, die man am Ende bekommt, und deutet das zumindest an. Jetzt kommt ein blaues Monster plötzlich um die Ecke und schreckt Kekse. Was? Achso, warte mal. Okay, erste Erinnerung. Abgeschlossen. Ich glaube, es sind Erinnerungen. Keine Ahnung. Im Endeffekt deutet die Story so ein bisschen an, dass die uns hier gefunden haben. Irgendwie als uralte, seltsame Spezies. Aber woher genau? Und schreit Kekse. Ähm, das weiß man nicht. Vielleicht findet man es raus. Ich habe es, wie gesagt, nie ganz 100% durchgespielt. Leider. Bis jetzt. Kommt noch. Ich verlaufe mich leider dauernd. Mit meinem Tentakelmonster. Ich meine Tentakelmonster. Die Uranmine. Die Tentakel sind aus dem Dunkeln. Hm, wo gehen wir jetzt hin? Ah, okay. Speichern wir erstmal hier. Im Steam Workshop gibt es tolle neue Level. Ah, cool. Aber die gibt es bestimmt auch irgendwie anders. Weil, wenn ich das jetzt im Games Pass habe, ich habe das ursprünglich auch auf dem PC gespielt, aber halt über den Games Pass, also quasi über den Microsoft Launcher und nicht über Steam. Da weiß ich nicht, ob das kompatibel ist dann. Ich wollte ihm das eigentlich raufwerfen, das hat nicht gut funktioniert. Mist. Das sieht ein bisschen aus wie Rector Skinner, finde ich, oder? Heute ist das Kind, wahrscheinlich nur wegen den Haaren. Aber ich finde, der Haaren-Satz hat schon was. Nein! Ich habe die blöde Glühbirne statt den Menschen erwischt. Oh ja, ich habe Hunger. Nom, 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 nom. Okay. Ich schätze, dass das auch funktioniert. Für mich ist es chill mit Barrette. Ähm, da gibt es auch ein Spiel. Warte mal, weil du es gerade sagst, da habe ich mir gedacht, verdammt nochmal, das ist aber schon so was von Resident Evil 1 chill, die Protagonistin in dem Spiel. Ich weiß nicht, ob ich es noch installiert habe. Ah ja, da, guck mal, auf dem Bild. Die da hinten, die hinter dem Soldatenkerl. Wenn das nicht Resident Evil 1 chill ist, dann weiß ich nicht, wer Resident Evil 1 chill ist. Naja. Wo waren wir stehen geblieben? So. So. Wo waren wir stehen geblieben? Ah ja. Jetzt sind schon die Spezialtruppen da, die Eliteeinheiten. Die haben jetzt eben ein Schutzschild, das überaus problematisch für mich ist und Anzüge, die mich vom Fressen hindern. Ich kann die nicht essen. Ich kann die töten. Aber ich kann die nicht verspeisen. Und jetzt habe ich ein Problem. Aber ich glaube, jetzt haben die ein Problem. Nein, der hat sein Schutzschild noch aktiviert. Ah, das ist nicht gut. Die sind gefährlich. Bei denen muss man echt aufpassen. Aber ich hole mir jetzt eine neue Fähigkeit. Und jetzt bin ich sehr viel größer, habe doppelt so viel Masse und kann jetzt... Oh! Und mich aussperren. Schade. Na dann. Ich kann jetzt rammen. Ich kann jetzt meine neu gewonnene Masse nutzen, um diese Hindernisse wegzuhauen. Und das ist schon überaus praktisch. Oh, was schießt ihr denn? Ich kann jetzt nicht mehr. Ah, so hält er schon wieder. Er kam. So, Dalla. Ich glaube, ich gebe mir die für später auf, falls ich mal Heilung brauche. Sorry. Vielleicht habt ihr Glück. Vielleicht habt ihr Glück. Ich weiß jetzt schon nicht mehr, wo es weitergeht. Aber irgendwo ist bestimmt so eine holzhindernes Wand, die ich jetzt mit meiner neuen Masse durchbrechen kann. Und dann kommen wir in neue Bereiche, die noch nie zuvor... Ah. Genau. Was mache ich jetzt hier drin? Ich glaube, ich habe irgendwas übersehen. Da drin muss was sein. Aber was? Aber irgendwie ist hier nichts. Und durch die Tür kann ich auch nicht. Keine Ahnung. Hallo, Dovkop. Wie geht's? Es gibt ein Weihnachtslevel auf Steam. Ah, das ist sehr nett. Ein sehr weihnachtliches Spiel. Aber wie geht's jetzt hier weiter? Im Endeffekt... Ach so, hier. Könnte man weiter. Ich verstehe. Jetzt muss ich erst Masse loswerden. Und zum Glück gibt's diese flüssigen Biomasse-Pfützen überall. Dort kann ich meine Biomasse lagern, platzieren. Und jetzt bin ich kleiner. Und jetzt, da ich wieder klein bin, habe ich weniger Lebensenergie. Kann auch nicht mehr rammen. Aber dafür kann ich jetzt wieder meine Spinnenfäden schießen. Und das sorgt für echt interessante Rätsel. Dieser Wechsel von Masse. Oh, ich wollte meine Masse schon wieder haben. Warte, ich muss noch eine Runde drehen. Dieser Wechsel von Masse und somit auch von Fähigkeiten. Ist echt eine interessante Idee. Geh doch mal weg, Holz. Ich will meine Masse essen. Dann, da. Ah. So. Nein, das wollte ich nicht. Ah. Ich will nochmal zurück, bitte. Da hätt's noch ein Geheimnis gegeben, glaube ich. Ich weiß nicht, warum ich jetzt den Rundweg nochmal gemacht hab. Ich will nochmal zurück in den Raum hier. Genau. Weil ich glaube, wenn ich mich recht erinnere und ich lass hier meine Masse liegen und geh in die Tür, krieg ich irgendwas cooles. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ah, ich hab meine Masse gar nicht liegen lassen müssen anscheinend. War auch wurscht. Finde essbare Leichen. Hä? Ach so, jetzt kann ich mit meinem Ruf auch essbare Leichen finden. Oder wie? Keine Ahnung. Egal. Lassen wir unsere Masse wieder machen weiter. Mir geht's auch gut. Dankeschön. Ja. War cool. Cool. War Weihnachten echt cool. Wir haben das Glück, dass wir sowieso immer in sehr kleinen Kreise feiern. Immer nur zu viert im Grunde. Und insofern hatten wir auch dieses Jahr von den Bestimmungen her und so weiter keine Probleme. Wir haben uns im Grunde alle mehr oder weniger in... Was heißt mehr oder weniger? Na schon. Mehr oder weniger selber freiwillig in Quarantäne begeben. So eineinhalb Wochen vor Weihnachten. Damit auch wirklich alle sicher sind. Genau. Und deswegen kommen wir relativ normal feiern. Das war echt ganz cool. Laser. Die sind bestimmt nicht gut. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ah. Die machen die Tür zu. Da lerne ich noch eine Fähigkeit, die ich noch nicht habe. Ich kann mich erinnern. Oh oh. 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 Gefährliche Drohnen. So, weiter geht's. Verzeihung, mit diesem seltsamen Rückblick. Oder was es auch immer ist. Es sieht so ein bisschen aus, als hätten hier Forscher so eine alte Alien-Ruine entdeckt, oder? So interpretiere ich das zumindest. Und jetzt wird die untersucht und sich genau angeguckt und so weiter. Und dann passiert das Schreckliche. Wie das halt immer so ist, wenn man alte Alien-Ruinen untersucht. Das geht selten gut aus. Ich meine, wenn meine Theorie stimmt, dann den Leiter nachzuurteilen, waren die Aliens an sich relativ humanoid. Insofern bin ich nicht diese alte Alien-Rasse. Was auch immer ich bin. Warte mal, ich kann mir da was ansehen. Hebel... Dem Hebel fehlt eine Stange. Dann müssen wir jetzt wohl eine Stange finden. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Das sieht nach meiner Lebensform aus. Jetzt habe ich den Hebel aufgehoben aus dieser roten Soße. Ob das so eine gute Idee war? Moment mal! Hilfe! Bin ich denn jetzt gelandet? Ich glaube, ich muss nach oben eher. Ich glaube, ich bin jetzt gelandet. Meine Probe wird gesammelt. Ich frage mich, warum ich hier die ganzen Achievements kriege. Habe ich das eventuell nicht im Games Pass gespielt, damals? Auf dem PC? Wie lange? Na, das ist ja noch gar nicht so lange im Games Pass, ne? Ich glaube, ich habe das auf Steam normal gekauft. Dann könnte ich die PC-Version doch modden. Naja. Da kümmere ich mich später drum. Weil stimmt, sonst hätte ich die ganzen Achievements schon. Das kann gar nicht sein. Ich glaube, so lange gibt es das auf Steam noch gar nicht. Jetzt, äh, im Games Pass noch gar nicht, jetzt wo ich drüber nachdenke. Es ist wirklich teilweise, denke ich mir, kennt ihr das Problem? Mittlerweile geht es mir echt schon so, dass gerade auf dem... Also nicht nur Quatsch, aber dass bei Spielen, die ich schon länger nicht mehr gespielt habe, die ich mal wieder spielen wollte oder einfach mal gucken wollte, wo ich die habe, dass ich echt nicht mehr weiß, auf welchem System, welchem Account, welchem Programm, welchem Online-Portal oder was weiß ich, ich dieses Spiel besitze. Ist es Good Old Games oder Steam oder der Epic Store? Oder ist es doch, ähm, Humble Bundle? Oder habe ich es auf der Xbox oder der PS4? Ist es im Games Pass? Habe ich es als Disc oder habe ich es nur digital? Wo ging es mir letztens so? Bei Ninokuni. Ich habe ewig gesucht, wo besitze ich Ninokuni. Ich wusste, ich habe es, weil ich es gespielt habe. Ich habe alle Accounts durchgeguckt, alles durchsucht nach Ninokuni. Ich wusste nicht mehr, wo ich Ninokuni besitze. Bis mir dann aufgefallen ist, es war die PS3. Und die habe ich gar nicht mehr gedacht. Auf der PS3 war das. Das sind mal First-World-Problems, oder? Verdachtet wohl, ihr seid hier unten sicher. Aber niemand ist sicher. Jetzt habe ich wieder so viel Masse. Dass ich keine Spinnfäden mehr schießen kann, sondern rammen kann. Ich hoffe, dass das gut... Das ist auf jeden Fall eine Rammtür. Ah, ich verstehe schon. Ihr seid nur Snacks im Grunde für mich. Aber ich lasse euch leben, weil ich brauche euch gar nicht mehr. Aber... Im Grunde sind die nur dafür da, dass ich hier genug Masse aufbauen kann. So, so. War der Weihnachtsmann fleißig? Ja, ich habe coole Sachen geschenkt bekommen. Ich habe Assassin's Creed Valhalla bekommen, zum Beispiel. Da bin ich gespannt drauf. Das spielen wir wahrscheinlich im nächsten Stream. Unter anderem. Ähm, nächste Woche dann. Nächstes Wochenende. Also, neunter dann, glaube ich, ist das, oder? Samstag. Ja, genau. Und... Final Fantasy 7, das Remake. Auch das werden wir dann an dem Samstag reinspielen. Es sind schon wieder so viele Spiele, wir werden nicht alle schaffen. Aber das wäre cool. Einige Amiibos, die mir noch in der Sammlung gefehlt haben. Ein cooles T-Shirt. Und... Irgendwas... Ah ja, und einen zweiten Playstation 5 Controller. Was ziemlich cool ist, weil Merlin und ich jetzt schon auf der Playstation 5 gemeinsam Earth Defense Force spielen konnten. Und auf der PS5 läuft Earth Defense Force tatsächlich fast flüssig. Das ist ziemlich cool. Aber nur fast. Aber kein Vergleich zu PS4. Oh, what happened? Ah. Ich bin irgendwie da rausgeflutscht. Das wollte ich gar nicht. Ich habe zum Glück den Hebel noch gedrückt. Passt eh. Ich bin da versehentlich in die Spülung geraten. Tja, so kann es gehen. Wenn man... Die Morpher-Blob ist. Hey. Verschießen du da bitte. Ah, okay. Keine Panik. Ruhig bleiben. Holen wir jetzt erstmal den Snack da. Sieht die Welt gleich anders aus. Jetzt müssen wir uns um den da kümmern. An die Wand geklebt. Und jetzt komm her. Ich kann dich zwar nicht essen. Ich glaube, das reicht. Ich glaube, den haben wir erledigt. Aber das war gerade gefährlich. Ich wäre beinahe gestorben. Er ist tot, Jim. Au. Die sind jetzt ja echt gemein, die zwei. Ich weiß gar nicht genau. Ah, Bull. Vielleicht weiß ich doch. Hahaha. Trottel. Tja. Damit haben sie wohl nicht gerechnet. Ich mag das Spiel. Äh. Äh. Ich habe auch letztens 20 Minuten gebraucht, um herauszufinden, wo ich mein Star Wars Republic Kommando gekauft habe, weil ich es mal wieder spielen wollte. Ich bin fast verzweifelt. Ja, oder? Es sollte irgendwie... Man bräuchte mittlerweile... Also ich zumindest bräuchte schon fast sowas wie ein Register, das irgendwie automatisch alle meine Plattformen überwacht und mir dann in einer Liste alles anzeigt, wo ich alles suchen kann am besten. So wie Metacritic alle Wertungen für Videospiele sammelt und so einen Durchschnittswert macht, sowas bräuchte ich irgendwo, wo man sein Profil anlegt und dann registriert man da seinen Playstation und seinen Steam und seinen Xbox-Account und alle Accounts und Nintendo und dann überwacht dieser übergreifende Ding, Login, Plattformen, Zeugs, alle anderen und katalogisiert die. So was wäre super. Aber selbst da wären dann die ganzen Analog, also die auf Disk gekauften Spiele nicht drin, insofern... Man hat's nicht leicht. Wow, Flammwerfer! Jetzt ist es nicht mehr lustig hier. Ich hab ein bisschen Angst. Ich bin doch nur ein armer, hungriger Schleim. Ich kann doch nichts dafür. Ihr müsstet mich ja unbedingt wecken und an mir rumexperimentieren. Was hätte ich denn machen sollen? Okay, ich glaub, der ist tot. Au, das brennt! Ah, ich hasse die. Ja, genau, ne Excel-Tabelle. Das stimmt. Das würde helfen. Ich glaub, man muss im Endeffekt nur schauen, dass die nicht mehr rot leuchten. Dann sind die tot. Sorry, aber ich bin hungrig. Uh-oh. Mist. Du scheiß Drohne! Der hab ich's gezeigt. Ah, der lebt noch nicht jetzt. Ah, jetzt. Oh, das ist ja ein bisschen mies hier. Ah, okay, gut. Hier kann ich mich verstecken. Ich glaub, ich hab schon was übersehen. Man hätte irgendwo sich schon nen zweiten Greifarm, glaub ich, holen können. Dann könnte ich zwei gleichzeitig packen. Wär hilfreich. Aber das hab ich irgendwo verplant. Ist auch nicht so wichtig. Das ist doch nicht so wichtig. Au, 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 au. Oh Gott, man stirbt so schnell in dem Spiel. Das ist wirklich krass. Hallo, Freddy. Genau. In dem Spiel ist es genau das Gegenteil im Grunde. Ah, bei meiner Schwester ist Final Fantasy XV jetzt gerade fertig runtergeladen mit allen Addons und allen DLCs. Und das haben wir Weihnachten angefangen zu laden. Das ist schon super. Das ist mittlerweile einfach ein sehr, sehr großes Spiel. Neue Biomasse für uns. Fotokinese haben wir jetzt. Jetzt können wir uns unsichtbar machen, aber nur unter gewissen Bedingungen. Ah ja, genau. Ich glaube, wir müssen Strom ampfen. Genau. Und das ist gut und hilfreich. Das ist gut. Ah ja, genau. Jetzt können wir zurückgehen, wo diese Laserschranke war. Wenn ich ein bisschen vorsichtig bin, dann wieder durch. Oh, ganz schön viel Action hier. Im Endeffekt sind die Menschen die Bösen. Hier, wie immer. Das müssen ja mehr rum experimentieren, oder? Ja, selber schuld. Zu denen habe ich ein bisschen Angst. Ach, hauen wir einfach ab, oder? Oh Gott, ich brenne. Ich brauche Wasser. Puh. Ah, ich wollte da nicht durch. Verdammt. Ach so, warte mal. Ich wollte da durch. Perfekt. Wir sind, glaube ich, genau da, wo wir hinwollten. Aber wo wollten wir gleich nochmal hin? Irgendwie kann ich doch hier... Da muss ich mal gucken. Wartet mal schnell. Ne, den Hebel kann ich nicht mehr bedienen. Speichern wir mal kurz. Ich habe mich gerade verlaufen, glaube ich. Ja, das Internet von meiner Mutter, wo wir gefeiert haben, Weihnachten, ist super, duper, duper langsam. Genau. Man ist mehr oder weniger das ausgebrochene Experiment. Und die Menschen sind nun die Forscher und das Eindämmungsteam. Genau. Das ist quasi, soweit man am Anfang weiß, die Story des Spiels. Im Endeffekt kann man sich das wirklich vorstellen, so ein bisschen wie das typische Resident Evil-Szenario. Nur, dass wir diesmal eben selber... Das Monster sind... Das hat mir da gerade so komische Geräusche gemacht. Mist, ich weiß gerade echt nicht, wo ich hin muss, leider. Ich muss mich mal ein bisschen umsehen. Schade, jetzt hatten wir einen guten Flow, ne? Wir sind gut vorangekommen. Aber jetzt weiß ich es nicht mehr. Oh, ja. Oh, oh, oh. Aber ansonsten das Design mit den vielen Mäulern und augenartigen Gewächsen und, äh, Tentakel und so, ne? Das ist schon alles vom Design her sehr stark. Das Ding. Stimmt, ich hoffe, ich hoffe, ich finde jetzt den Weg noch. Weil bis zu der Fähigkeit, die du noch tiefst, würde ich gern auf jeden Fall spielen. Weil die ist natürlich sehr, sehr cool. Aber ich habe mich leider verlaufen. Und dieses Brüllen, das man machen kann, verstehe ich nicht. Also das hilft mir nix bei der Orientierung, leider. Ich würde gern hinter diese Tür. Von wo sind wir denn überhaupt das erste Mal hier reingekommen? Wahrscheinlich von hier, oder? Oder auch nicht. Nee, ich glaube nicht. Hallo? Können Sie mal kurz die Tür öffnen, bitte? Schade. Dann halt nicht. Also gut. Den Gang können wir abhaken. Den Gang können wir im Grunde abhaken, ne? Dann gibt es eigentlich nur noch... Dann habe ich da... Von da bin ich gerade gekommen. Habe ich hier irgendwas übersehen vielleicht? Ich bin doch den einen Raum mit den zwei Flammenwerferkerlen vorher ziemlich schnell durch. Weil ich mir... Weil ich Angst hatte. Ich gehe noch mal da runter. Das ist vielleicht eine gute Idee. Wahrscheinlich habe ich hier irgendwas übersehen. Ich bin doch... Aber ich kann schon ziemlich gut kamouflagen. Aber nur wenn ich genug Strom habe. Aber sonst ist hier in dem Raum zumindest nix. Ah, hier kann ich mich in einen anderen Raum quetschen. Da ist eine arme Person mit einer Pistole. Und ein Schalter, mit dem ich die Tür öffnen kann. Okay. Geschafft. Ach, verdammt, jetzt habe ich zu viel Masse. Ich muss irgendwie Masse wieder loswerden. Ich brauche schnell irgendwie ein Massebecken. War nicht hier irgendwo welche. Überall nur Wasser. Überall nur Wasser. Mufasa mit Wasser. Ach komm schon, gib mir U's Spiel. Gib mir die Möglichkeit, dass ich meine Masse loswerde. Wenn ich hier schon meine Unsichtbarkeit brauche. Weil ich bin zu dick, um unsichtbar zu werden aktuell. So, zum letzten Mal jetzt aber hier. So. Hallo. Was soll man machen? Ich bin einfach ein sehr hungriges Monster. Und die Menschen sind einfach so köstlich. Ich glaube, ich gehe erst mal da lang. Aha. Gut. Dann, wenn das so ist, gehen wir erst mal da lang. Ein Unterwasser-Level. Zum Glück ändert das für das Spiel eigentlich so gut wie gar nichts. Oh, jetzt sind wir einmal im Kreis irgendwie, ne? Kann das sein? Ah, ich weiß schon. Ich weiß schon die Fähigkeit, die wir hier lernen müssen, damit es weitergeht. Ich weiß nicht, wo wir die herkriegen. Hier wäre so ein Computer, aber ich kann mich gar nicht reinzwägen. Vielleicht noch nicht. Ah, ich bin so blöd. Ich habe keinen Strom. Ah, wo ist jetzt der Hebel, dass ich das resette, ist die Frage. Ich glaube, jetzt gehe ich ins nächste Gebiet versehentlich. Ja, ich meine, warum nicht? Aber hier waren wir auch schon, ne? Jetzt kenne ich mich wieder. Jetzt ist es wieder so weit. Ich habe mich total verlaufen. Ich will wieder zurück, wo ich hergekommen bin. Aber es geht nicht mehr. Und ich bin sehr wichtig. Untertitelung des ZDF, 2020